Reise nach Pommern Pommern, das weiß-blaue Land an der Südküste der Ostsee, ist nach den politischen Veränderungen der vergangenen Jahre wieder zum erreichbaren Nachbarn- und Urlaubsziel geworden. Unsere Reiseroute führt uns nach Swinemünde, Kamin, Stettin, Stargardt, Köslin, Rügenwalde, Stolp, Stolpmünde, Leber und Kolberg. Als extra bietet die DVD einen Bonusfilm mit wunderschönen historischen Filmaufnahmen aus den 30er und 40er Jahren, der Pommern zeigt, wie es vor dem Krieg war.